Yes! So, ladies and gentlemen, boys and girls, was geht ab? Ich finde es waschkicks für euch am Start. Heute mit einem kurzen Statement-Video zu meinem Gewinnspiel, was anderthalb Wochen lief. Also, ich würde sagen, let's go! Ja, Leute, ihr wisst Bescheid, es lief anderthalb Wochen ein Gewinnspiel auf meinem Instagram-Kanal und da gab es halt zweimal den Air Jordan One Low zu gewinnen. Die Gewinner wurden jetzt am Montag, genau, ich habe gerade überlegt, Wochenende, Samstag, Sonntag, wurden die ausgelost. Also, Montagabend habe ich die zwei Gewinner rausgefiltert. Grüße gehen raus an der Stelle an die beiden Gewinner. Zu den Gewinnern nochmal, ich denke mal, dass ihr eure Schuhe auf jeden Fall so bis Ende der Woche habt. Ich werde nämlich das Ganze auch, wenn die denn halt kommen, safe auf Instagram alles in meiner Story festhalten und euch markieren und dass dann das auch alle sehen, dass das irgendwie alles mit rechten Dingen abläuft. Mit rechten Dingen, da sind wir dann halt noch so bei einer Sache. So, ich habe das Gewinnspiel gemacht, weil man, ich habe nicht viele Follower, Abonnenten, nenn es wie ihr es wollt. So, ich habe eine kleine Reichweite und es macht aber trotzdem mit dieser Community, die ich habe, mega viel Spaß so zu interagieren und zu kommunizieren. Sei es in den Comments, sei es unter den DMs auf Instagram, die ich die ganze Zeit kriege. Das macht halt unheimlich viel Spaß, das hätte ich halt niemals gedacht, dass da so richtig Leute sich so für meine Videos interessieren. Nein, das feiere ich schon mal Todes, denn dass ich Minimum, also ein paar Likes auf meine Insta-Pics kriege, aber meine Story-Leute antworten und all so Sachen so und das finde ich halt mega cool und deswegen dachte ich mir, okay, ich mache mal ein Gewinnspiel so. Nach dem Gewinnspiel ist klar, es springen wieder Leute von ab, es ist logisch, das weiß ich auch so. In erster Linie macht man ein Gewinnspiel, um Follower, Abonnenten zu generieren. Dann stimmt auch, machen wir uns nichts vor, aber dass manche so auch nach dem Gewinnspiel mir in die DMs schreiben, dass das Fake wäre, komme ich nicht dahinter. Ich habe das Gewinnspiel gemacht, ich habe glaube ich 100 Abonnenten irgendwie so, glaube ich, mehr bekommen, 100 Abonnenten. Ich finde, 100 Abonnenten stehen zu keiner Relation, was einfach so zwei Sneaker angeht, die über 200 Euro kosten. So, versteht ihr, was ich meine? Also, ich wüsste nicht, warum das so gefakt ist. Also, die Leute, die tatsächlich gewonnen haben, die kenne ich null. Ich schicke dem einen Schuh, kein Spaß, ich kenne mich in Deutschland aus, ich kenne mich brutal aus in Deutschland, aber wo dieser eine Typ herkommt, ich habe von diesem Ort noch nie was in meinem ganzen Leben gehört. Whatever. Die kriegen auf jeden Fall ihre Schuhe, ich habe die Schuhe bestellt, ich schicke die dann auch los, werde alles mit Instagram festhalten. Vielleicht können diejenigen dann auch nochmal einen Repost machen oder irgendwas, das Ganze posten, dass sie diesen Schuh bekommen haben. Whatever. Ich finde das halt nur so lustig, dass Leute irgendwie so schreiben, dass das halt so Fake ist. Also, ich sehe den Sinn nicht jetzt dahinter irgendwie. Ich mache das Ganze, weil es halt, wie gesagt, das Ganze hier ist so ein bisschen gewachsen, so null Abonnenten angefangen. Alle und ich haben uns halt überlegt, komm her, lass uns YouTube machen. Ja, und jetzt haben wir so YouTube gemacht und das macht halt auch auf einmal so mega Spaß. Und natürlich, desto mehr Abonnenten du kriegst, desto mehr macht das Spaß. Und desto mehr bist du beschäftigt. Auf einmal merkst du, dass aus so einem Video, zwei, drei Videos, ja wurde schon, also es wird immer heftiger, heftiger, heftiger. Und das macht halt mega viel Spaß. Ich kaufe mir krank viele Schuhe, das weiß ich auch. Aber ich mache halt, das ist mein Content hier auf dem Kanal. Sneakerpack Opening und alles, was mit Sneaker zu tun hat, werde ich euch hier reindrücken und zeigen. Und deswegen war es an der Zeit, halt auch mal ein Gewinnspiel zu machen. Und das war jetzt mein zweites Gewinnspiel. Ja, ich wünschte, ich könnte halt so diesen kompletten Yeezy Size Run oder so einen Air Jordan High, wenn ich da so rankommen würde an so Limited Sneakern, irgendwie so in den kompletten Size Run, dann würde ich die ja auch irgendwie machen. Aber wie gesagt, das steht ja noch nicht außer Acht. Vielleicht komme ich da irgendwann mal ran. Und dann gibt es halt auch so richtig krasse Sneaker, das ist so mein Ziel. Und die dann halt einfach so zu verlosen, zu verschenken. Ich meine, ihr kriegt dann keine Kaufoption, ich verschenke den Schuh einfach so. Und wie gesagt, das macht mega viel Spaß und das Gewinnspiel macht auch mega viel Spaß. Und deswegen werde ich auch in absehbarer Zeit wieder ein Gewinnspiel machen. Das werden wir jetzt hier mal so vielleicht ab und an mal mit einbauen. Und ich hoffe, wir können es jedes Mal steigern. Wir haben angefangen mit einem Air Force One. Jetzt haben wir zwei Air Jordan Low gehabt. Mal gucken, was es als nächstes gibt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle an dem Gewinnspiel teilgenommen habt. Das ist ein kleiner Shoutout an meine kleine Community, die ich habe. Ich habe jetzt so anderthalb Wochen auf Instagram ein bisschen Pause gemacht, so wegen dem Gewinnspiel. Werde jetzt natürlich auch wieder anfangen, so regelmäßig ein bisschen was zu posten. Die Story läuft sowieso nach wie vor 24-7. Ja, und ich freue mich an alle, die hier seit Tag 1 dabei sind. Und freue mich schon aufs nächste Gewinnspiel. Wie gesagt, es war ein kleines Statement. Heute gibt es kein Sneaker Pack Opening. Alan ist auch, glaube ich, bald im Urlaub. Das heißt, ich werde nochmal ein bisschen vorproduzieren und werde euch denn ein paar krasse Sneaker Grails aus meiner Schuhsammlung zeigen. Da schlummern nämlich noch ein paar Schätze rum und die werde ich dann schon mal recorden. Und Alan wird die Videos dann auch cutten und dann, dass wir hier, wenn er im Urlaub ist, dass wir dann auch vorproduzieren und dann ein paar Videos haben. Dass wir hier auch die Mittwoche und die Sonntage gut überbrücken können, Leute. Ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren neuen Video hier auf meinem Kanal. Auch wenn es gerade nur ein Statement zu meinem Gewinnspiel war. Sneaker Grail Unboxing Whatever Video gibt es nächste Woche wieder oder beziehungsweise gibt es am Sonntag wieder. Bis dahin, Leute. Stay tuned. Bleibt und fliegt. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Checkt meinen Instagram-Kanal ab. Checkt YouTube hier ab und bis demnächst. Peace.